hey freunde damit kommen wir zur tagesaufgabe baue metall bei kompaktkarossen ab starten wir mal in eine runde markiere ich immer das ganze hier oben am schraubplatz machen hier sehen wir schon die schraubautos mal kurz eine waffe schnappen sicher ist sicher und jetzt bauen wir hier einfach die rossen ab so Ich kann den Fisch nicht abholen. damit ist die aufgabe abgeschlossen wenn ich euch damit helfen konnte dass gern gleich und ein abo da bis dahin sehen wir uns im nächsten fest